Oh mein mein, da sind wir wieder zurück. So, das ist die Ardemeermeter. Und ich lasse mir inzwischen im Westen von der Jadebruderschaft Dolche in den Rücken stechen. Noch schlimmer, Dolche, die mit der von uns gestohlenen Technologie produziert wurden. Ich gehe nach Westen. Westen ist das Gegenteil im Osten. So, Gruppe 1 ist DPS, Gruppe 2 ist Quick. Gruppe 3 ist Alec. So, warte mal, Gruppe 1 und 2 mit, Gruppe 3. Jetzt hat er ein bisschen Blödsinn gemacht. Zu 3, Alec nicht nur 6. Ah, jetzt, guck mal, jetzt zieht er es lang, okay. So, Gruppe 1 und 2 sollen in die Mitte. Gruppe 3 bis 6 sollen Westen und Gruppe 7 bis 10 in den Osten. Oh, die Hauptmann. Oh, die Gruppe 3. Weißt du, ich bin Gruppe 1 und soll dann in die Mitte. Gut. Ach, ich muss jetzt eine Minute. Nee, Alec sollen, sollen, also. Ich bin bei Oli jetzt. In eine Gruppe soll ITPS und 2 Quick in eine Gruppe und 3 Alec in eine Gruppe. Das sind 6. Wie viel sind da? So, nicht 9. Wir sind nicht gerade für den Eskorten. Er hat das ein bisschen kompliziert geschrieben, genau. Also, wir können auch alle bei Inanna rein, der Rest. Und reinziehen. So, und wo muss ich für 3 hin? Gruppe 3. Besten ist nicht unsere Maschen. Westen Tag. 9 Uhr irgendwo. Ja. Wirds nur hinterher kommen. So weit. So, wir brauchen fünf Leute in dem Feld. So. Aha, blöde Himmelsschippe. So. Mitte. Ich versuche jetzt nicht mehr herzukommen, aber ich habe keine Ahnung, wo ihr Land läuft. Da im Norden. Mit der Himmelsschippe irgendwie hinfliegen, du musst doch nach oben. Noch einer. Wir warten und warten. 3, 4, 5. Ohne Marschall Thackeray und die Verstärkung müssen wir auf der Hut sein. Keine Bange. Ich habe diese Truppen selbst ausgebildet. Sorry, dass mich... Das war mir klar, wo du stehst. Was sagt, ich bin evitrier doch nicht doof. Ihr habt doch nicht mal die Ausbildung abgeschlossen. Wer hat euch überhaupt eingeladen? Ähm, war der das nicht? Die Sehenswürdigkeit hat mir noch so fehlt. Hihi. Ah, wie heißt der ist denn? Der seriös klingende Typ, den ihr dabei habt. Das ist ja schon so unten. Aha. Ich fühle mich so langsam. Was heißt denn ATM? die ersten zwei osten das vorsicht falls wir das erst mal nicht das ist schnell sie in meinen christian dann wird sie geläutert Wir sind gerade etwas beschäftigt mit den Herren von der Lehre, die uns umbringen wollen. Wenn wir die Magie reinbringen, erinnere das die Intensität der Lehre, dann habt ihr im Kampf eine Chance. Boah, seine Gruppe ist doch gut vollgebronnen, ne? Ja, ein Champion, NB. Nein, ich hasse doch den Wirbel. Oh, 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 oh. Oh, wir haben ihn tatsächlich... Oh, wir haben ihn mindestens ein Champion, ne? Hey. Uuuu. Hehehe. Ihr habt uns zwar direkt in den Hinterhalt geführt, aber ansonsten habt ihr euch wacker geschlagen. Wer weiß, mit etwas mehr Treffen könnte ja einer von uns werden. Das Sichtfeld mal vergräuert sein. Ich werde mich einschreiben. Gleich nach dem ich euch für die endlosen Verspieler, der wir haben ihn tatsächlich... Oh, und ich dachte doch, wir werden jetzt Freunde. Ja, keine Chance. Kommandeur, es ist schade, dass ihr im Vorfeld nicht mehr Leute organisiert habt, sonst hätten wir jetzt mehr Verstärkung. Komm nie wieder! Okay, oder? Ich bin ein Eater, das ist hier, ich weiß. Seht nur, da ist der alte Tempel der Gefallenen. Hey, mein Freund, alles in Ordnung bei euch. Es ist mir gelungen, unverletzt zu entkommen. Unverletzt? Ihr habt ein Messer und... Ach, Vater! Hm. Wir sollten wohl besser da rein gehen und die anderen rennen. Ja. Wo kommen die hier? Ich hoffe, sie gehen mitten rein. Ach so, hier kommen auch noch mal ein paar Champions. Jetzt, ein oder zwei. Hier. Ja, in den Champions List. Bisher sehe ich nur Eliten. Da ist ein Rastiker. Da ist ein Rastiker, oder? Ja, das ist ein Rastiker, glaube ich. Auch ein Rastiker. Ah, das ist jetzt ein Champion. Ja, Julian. meint die qualität stadtmasse wie ich leider der erfolgt will eine ganz bestimmte masse sehen ich finde aber ich habe doch kein messer im rücken stecken alles gut uns bleibt nicht viel zeit die knöpfe ich mir vor mit Da kommen wir mit. beeindruckende kombination erfrischend so so der salz gestrache bezieht anscheinend seine kraft aus diesen kristall vielleicht können wir ihm einfach ein bisschen gut zureden mein freund ich weiß ja ein richtig miesen tag das war wohl nichts manche drachen sind einfach keine guten zuhörer wir brauchen belagerung durchbrechen und die kristalle zu zerstören dann fangen wir damit an den weg zu räumen damit die gerätschaft hier durchpasst und stelle stehen das kann genau so kannst du dich trotzdem mitgeben du musst dich so die weglage ist die zweite geworden so die 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 sch sch in und ... ich jetzt eine effekt ja frag nicht mit abgebaut die komischen kram da wie heiße die komische oder Solltet es jetzt gereicht zu sein? Geht drauf, steh auf und diene! Ja, haben wir gleich. Was ist denn gesondert? Nö, ne? Ja, vielleicht mal. Alle sind noch übrig! Erfrischend! Gut, wo wir rein? Ja, ich bin hier in der Mitte. Das ist aber auch ein Gesicht. Einfach abschütteln! Hohle Angst und der Kombinat vom Kopf! Alle Hitze aufgestoßen! Ja, ich bin ganz gut, die Stampe des Todes. Die Stampe des Todes! Die Stampe des Todes! Bereit für den Einsatz! Gar nicht! Einunterrichtet! Oh Mann! Was? Was? Sie ist mein Zauber! Sie ist mein Zauber! Sie hat versucht! Ja! Au! 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 Gut weh! Ich fühle mich gut! Tödliche Kombination! Sie gefällt mir! Ich bediene mich großer Weiß! Schaft getrieren! Abfalla! Nicht mehr da! Ich bluschen! Kuss! Wie sieht das aus? Ja! Oh ja! Es gibt es hier nördlich und südlich davon! Gleich erwähnt! Da können wir vom Süden an, denke ich. Warte mal, rechts davon, genau. Es müssten zwei, wenn sie jetzt gleich sein. So, rechts, auf der rechten Seite sind wir jetzt. In der Nähe von uns, von hier. Ich würde sagen, ja, da geht der Gegend an. Nein! Wir haben das Observatorium gerollt. Orin ist hier. Und wir können den Ertetempel sehen. Jetzt müssen wir 23 Minuten warten. Ich bin jetzt rechts ein bisschen angeflogen. Da wartet es. Warum taucht jetzt Leere auf? Hier auch. Es ist, als wollten wir eine Blockade zwischen uns allen und dem Erntetempel errichten. Vorsicht! Das ist eine Kombination aus verderbter Altdrachenmagie. Wir kennen ihre Macht nicht. Champion, als ihr die früheren Ausbrüche bereinigt habt, konnte ich die freigesetzte Magie spüren. Vielleicht könnte ich sie von diesen neuen Ausbrüchen absorbieren. Aber wenn die Macht der Magie unbekannt ist, was könnte sie euch dann tun? Gute Frage. Aber eines weiß ich, ich werde selbst das letzte bisschen davon verwenden, um durch die Barriere zu brechen, die es so wollen und gibt. Geht jetzt! Setzt die Magie der Altdrachen frei! ... ... ... die ich bin das nicht die auf die 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 mittel was sie den ein schönes Bild Na komm schon, mal rein. Sehr schön. So, wo geht's jetzt hin? Längst und dann geht's auch da noch in die Mitte, oder nicht? Ja. Zum fliegenden Modest. Am schnellsten. Moment, ein Element fehlt mir. Ich spüre... Großvater, es ist ein neuer Ausbruch der Lehre. Karl Kathorik, das ist das Element, das ihr braucht. Konzentriert euch alle auf die Lehre. Es gibt nur die Lehre und die kleine Zeitspanne, bevor ihr euch uns anschließt. So, an der Stelle mache ich auch mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschüüüü.